Sollen wir schon mal starten? Sollen wir 2 gegen 2 machen? Ja sicher, ich muss warm werden hier. Ja komm. Spiel mal jetzt den ganzen Abend hier in Rocket League. Ja. Oh yeah. Das wird ein Rage-Abend, ich seh das. Das, was du dir schon immer gewünscht hast, Alter. Soll ich die Musik laufen lassen? Ja. Soll ich die ein bisschen leiser machen oder geht das von der Lautstärke her? Ja, ich fand es eigentlich ganz gut, so wie ich das gerade gehört habe. Aber ich hab auch nur mal ganz kurz reingeschaut. Was sagt denn der Chat? Das ist immer so geil, aber man kann es halt live alles ändern, so. Ja. Der Chat ist aber manchmal ziemlich heimtückisch, da musst du aufpassen, die haben auch viel Glück drin. Ja, ja. Ich mach mal. Chat hat Stellen einfach. Matcher Stellen. Arnold. Ja? Krieg mal bitte einen Link. Einen Link vom Chat, äh vom Stream oder was? Ja klar. Oh Junge. Kann man das hier anders mal schnell machen? Ich bin grad so mit der Dom. Der Dom schreibt, es geht. Es geht? Jo. So, wo dreht ich mal? Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, komm mal Team Partagames gegen Team Pixel. Wunderbar. Ach so. Komm, beschwer dich mal nicht. Ja komm. So schlecht bin ich auch nicht. Ne, ja. Ich bleib hinten. Oh shit. Oh, da geht er schon gut los. Oh shit. Da fängt schon einfach an. Da fängt schon einfach an. Let's Pipa go. Nein 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 nein. Wir haben keinen Boost. Ja, ihr habt keinen Boost. Passt alles, schreiben sie. Alles klar, mein. Der Chat eigentlich auf meinem Laptop, der bricht schon wieder ab einem. Verdammt. Ich seh, ich seh beisein nur den Twitch-Chat, ne? Ja, ich seh beide Chats. Piss dich, Anna. Mushroom, ja! Ja, ja, ja. Jo! Der geht heim! Scheiße! So nervös! Oh! Ja, der war zu stark. Hat, er kann nix, das ist gut. Ja, Alter, ich muss auch wieder reinkommen, wir haben schon ewig kein Rocket League mehr gespielt. Nein! Yes, Mannen! So läuft's! So läuft's! Scheiß Laptop, Mann! Äh, was hast du für ne Sicht an, Arnold? B-Sicht? Äh, meinst du... Hast du die Ball-Sicht drauf? Ja, ja, das Ballkamera ist an. Okay, super. Also wie gesagt, Ballkamera bleibt an, was anderes tut hier nicht. Oder sonst wird hier echt schlecht. Ne, das mach ich nur ganz kurz an, um einen Boost zu holen oder so. Äh. Wunderbar! Mach das Ding! Böhm, voll in die Ecke! Das war nicht meine Schuld, du hast den ja hingelegt. Ja, wunderbar! Ja, hast doch gerade gesehen! Guck mal wie schön! Ne, wieso, ich war doch vorne! Ha! 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 Gonna Boy me, saß bei mir! Ha ha! Ha! You've gotta be- Sweet! Ein Bauspfaktvertrag! voll professionell, warte wir machen es hier mal so, das ist ein bisschen angenehmer für die Leute, keiner sagt was hast du deine Freundin den ganzen Tag in dein Camp gehabt? das ist eine andere Camp, ich wollte gerade sagen, der Stream geht aber der kommt noch ein bisschen später da kommt dann erst ab 0 Uhr ich habe das falsche Bild drin gehabt das sind dann so Live-Strips oder sowas Alter! da muss man dann auch dafür bezahlen genau Live-Strips, genau Live-Strips.com oder sowas Alter wie gut kommt der? keine Ahnung da gibt es dann auch so geile Gutschein-Codes die wir eingeben müssen du kennst den aber gut aus du Sack ist nicht, Alter ich kann mich nicht konzentrieren, Mann so Jugendbewegungen und sowas alles Pippa Fader, was machst du denn da? oh jetzt war ich nicht da, Mann ja, was für eine Forderung für mich Rampage! AHHHHH NEEIN der geht rein Scheiße oh du bist so doof danke Pader du bist so doof du bist so doof, Alter warum machst du sowas? ups, das war das das stimmt nicht mit dir der wäre sowas von reingegangen, Alter ich habe ja das Tor vor weggeschrieben 1-2-1 grober unfutbar excellence also egal was ich heute falsch mache du hältst die Klappe 1-2-1 ich habe gedacht das wäre unser Tor wie gut er hat das einfach schon gelogen oh shit jetzt machen wir das oooooh Junge, Junge, Junge ja ich hau den bestimmt nicht vor Schmack jetzt in unser Tor rein so doof bin ich nicht du bist schon gewundert warum keiner kommt oder was? ja ich habe Spiele größer gemacht ich dachte ich sprich die Tür nicht zu wie gesagt ich muss erstmal wieder rein ich habe schon so lange nicht mehr gespielt nein, Alter AHHHHH das gibt's doch mit ja da kann man gleich noch alles drauf verwechseln da geht nicht so schnell rein die sind ja nicht farblich gekennzeichnet oder so nee überhaupt das ist ja das Problem beim Spiel warte jetzt aber kommt sie gut so ist alles okay es fängt äh wieder auf mit dem Stream Bunter 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 hat es auch da oah schön mal du wunderbar ach verdammt lass das 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 ja da nein nein ja ha 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 hole rein hole rein das ist heiß der ist nicht heiß alter war das komm weg mit ihm ab ins Tor ah scheiße der dumme Pader man alter oh der ist gut Arnold du weißt ja es reicht wenn du Pader sagst alter heißt es der Pader Pader oder nein nein sag gleich wieder aufmucken hier dafür heute bei der Siglo Siddler Folge angekündigt ah also ich wusste nicht mehr ganz ah ja das stimmt egal scheiße Frau in der heutigen Folge und hab mich echt für Fascho gehalten obwohl ich nur noch rein scheiße ah ja das stimmt warte das muss ich ja gleich ändern ja ich glaub ich hab jetzt eine Folge für einige Zuschauer die sie vielleicht mal sehen wollen ich hab's noch nicht gesehen aber jetzt brauchst du ja nicht mehr gucken jetzt brauchst du nicht mehr gucken ja jetzt ist sinnlos jetzt sind die Karten hier auf dem Tisch ja ja Martin ich würd sagen ja da brennt nix mehr an oh shit ich hab's noch nach vorne guck auf ja guck mal was an gut gemacht Pader ja kein Fall was ist sein Match heute ich hab's heute eh schon gekackt von daher oh shit kommt der aus na komm nein egal ok muss man ganz kurz hier ok meine Cam ich geh mal ins Hauptmenü kurz kurz besser rüber ziehen ja lass mal kurz die rüber zu und wo krieg ich jetzt den Link her meine Cam ist ein bisschen zu groß alter wenn ich das sehe ich schick dir den Link bei Team Speed ja zauber voll professionell alter hab ich dir geschickt gestern noch eingestellt alles schön ja sorry sorry Metal ich wollte mich spoilern gestern noch alles schön eingestellt hier also Hauptmenü sagste ja Hauptmenü gehen wir mal ganz schnell ja du musst dann aber wie gesagt das Spiel neu starten was ist euer Lieblingsauto in Rocket League mein Lieblingsauto ist der DeLorean Pipa oh mit Mushroom und Rampage Rampage und Pada also klar ich bin hinten ja wir setzen alles auf Sieg hab ich gehört ok was hat denn der Domni eigentlich für noch keinen Rang das kann er ja ausstellen das ist das Problem ach fuck ich bin nebikop ich weiß nicht ich glaub mir gefällt der Dominus ziemlich gut und das Auto was Pada fährt der Indominus Rex oooh das war gut abgewehrt ich muss nur sagen danke das war nice das war nice oh nice oh shit oh sehr schön mach schon um deine ich fahr wieder zurück fahr durch fahr durch fahr durch wenn euch die Musik stört beim Spiel müsst ihr jetzt nur schreien dann mach ich sie aus was kommt gut kommt gut Vorsicht 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 Scheiße du kannst du so eine Vorlage von mir vergehen to my line to my line to my line es war ja total easy kein Problem Treffen ist ja ist ja keine Kunst ich hab kein boost ich hab kein boost ich hab kein boost wer ist eigentlich knapp zum Tor wenn ich frage ja auch Rampage keiner ah mal den alles klar das ist im Gegner Team ach so ich mach nur wunderbar oh alter nein warte ich hab ich hab sie das war eine Finte hier Pader Vorlage Vorlage auf du ich bin nicht vom Tor Maddi 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 zu spät zu spät nein schön das war eine Finte alter Bunte Finte Tor so ein Witz sehr gut alter Bunte du regst mich so auf ich spring dagegen und dann extra mit Turm und noch dagegen und dann stolter da direkt vorne dran machst du einfach nix machst du da dann machst du nix alter ja bleib ich hinten war ungern aber oh kein boost mehr jetzt haut da rein ich auch nicht nein ich springen ich springen ich springen ah sorry oh oh nein 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 mach ich mich eigentlich ich hab kein boost wow der ist schon der ist der Simon eiskalt einfach hochgesprungen Abwehren Vorlage schuss scheiße einfach mal irgendwie blöd reingeschrungen scheiße einfach mal irgendwie blöd reingeschrungen ja natürlich das sind die Artenegger na alter oh da hat mich hier mit ein Ding eigentlich oh das kann ich nach dem Match kann ich das dann annehmen wie Franchise anfangen alter wer schickt mich die ganze Zeit weg hier das ist nicht fair hapen 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 dupendappen hapen dupendappen hapen dupend dupend hä ich hab's gar nicht gemacht ich hab's gar nicht gemacht ich hab's das war auch mal ernst das war jetzt nicht irgendwie sarkastisch gemeint achso ok das ist aber ist das vielleicht so angehört ok 99% der Zeit meint das sarkastisch Zeig mal, was du drauf hast, Maddy. Nice! Wunderbar! Oh, vor! Einfach vor! Weiter! Ins Verderben! Ah! Oh, Pipa! Oh, da kommt einer raus! Der Tor ist raus! Das war die Finte! Wunderbar! Nein, Simon! Finte auf Doom, Alter! Das war die Finte auf Doom, Alter! Ja, das war die Finte auf Doom! Das sag ich doch! Ach, Finte! Ah! Hi, Pipa! Ah, Dome! Das war die geheime Vater-Flip-Taktik! Ja, klar! Schau dir mal raus, gell? Vater, wenn wir sie jetzt gesehen haben, ist sie immer noch geheim? Nee, hab's ja nicht komplett... Oh, Mann, ey! Der Simon heute ist ziemlich gut drauf! Das gibt's doch gar nicht! Das ist das Anfänger-Clip! Das erste Match! Das erste Match, oder was? Oh, schöne Vorlage! Das ist eine coole Laune! Das ist eine coole Laune, aber echt! Ich fahr jetzt nicht nach vorne! Wunderbar! Der geht rein! Nein, geht doch nicht! Jetzt aber kommt's! Nein, ich bin drüber gesprungen! Ich bin schon bescheuert, ey! Alle Beine! Ja, ich bremse ab! Weil ich gedacht hab, ich rabbi nur weg! Hadi weg! Oh, die weg! Wow! Oh, das war die Vorlage! Oh, das war die Vorlage! Nein! Nein! Ich dachte, er hüpft doch über Simon drüber! Hat 10, das Simon! Das kann nicht! Bobby, der kommt! Oh! Ja, da machst du nix! Ja, da musst du von der Seite auch kommen, dass du ihn von der Seite wegspielen kannst, sonst kriegst du nicht! Nee! Ey, das ist Simon, gell? Drei Torwart schon! Ah, sonst klappt das! Weißt du, der Simon hat bestimmt den ganzen Tag trainiert! Ja, ja! Ich fahr mal nach vorne! Okay! Wir haben eh nix mehr zu verlieren, komm! Leute! Wo seid ihr denn? Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so kommt! Ah! Wunderbar! Fahr vor! Ja, wir haben eh schon verloren! Wir haben eh nix mehr verlieren! Der moderne Torwart! Den lass ich nicht auf dem Boden aufkommen! Kommt da noch rein! Oh, schade! Die war so gut, Alter! Ey, die war so gut! Rematch! Er fährt Vollgas durch und schiebt den Ball grad durch! Ich wär für'n Rematch! Mit dem Team Rot! Scheiße, wo kann ich denn den hier machen, Alter? Ja! Wir sind so viele Leute auf Hanna, wir können eher öfter Auto machen! Oder so! Ich hab dich angenommen, Michael! Also jetzt jede Runde auf! Machen wir ein Rematch oder wie? Ich glaub schon, ja! Einfach bereit! Jetzt noch mal im Durme ein, zwei Runden und dann können wir... Waren wir noch mal Auto jetzt? Ja, wir machen wieder Auto! Noch mal Auto! Alles klar! Oh, jetzt kriegen wir den Bullen zu ziehen! Nein! Jetzt ziehen wir's ab! Jetzt geht's los! Ich bin hinten! Ich bin hinten! Go, go, bitches! Go, go, Pa! Nein! Oh, Manni! Sehr gut! Oh, nicht so schwach! Warte! 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 Oh, der war knapp, ey! Was Pader und Bunz im Team! Zwei Megalacker, das gibt's gar nicht, Alter! Ja, schlimm, ne? Richtig unfair! Ja, ist schon fast unfair! Wo ist Fabi? Ich brauche Fabi! Ich brauche Fabi an dem Team! Da muss ich heute irgendwo den Laden zulaufen lassen! Weg damit! Wie war? Wunderbar! Ich verschätze den! Alter! Wie der böse kommt! Der kommt ruhig die Scheiße! Der kommt ruhig die Scheiße! Das war nett! Gott, wie der kommt! Bitte! Der hat ja nicht drangeschossen! Er konnte nichts gegen machen! Also, das kostet definitiv ne Runde! Boah! Alter! 10 out of 10! Dutendappen, sagst du? Dutendappen! Dutendappen! Aua! Sorry! Sorry! Ah fuck! Nice! Malin! Ich glaube, ich breche den Stream vorher schon ab, weil ich keinen Bock mehr auf es ja nicht zu verlieren! Ja! Oh! 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 Wo bin ich auch noch weggehauen! Oh! 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 Das gibt es nicht, Alter. Sorry, wenn ich die Chance habe. Ihr fahrt. Ihr fahrt. Jo. Alter. Guck mal, wie er kommt, Alter. Willst du mich verarschen, Mann? Alter, voll. Wie er einfach kommt. Guck dir mal den Ball an. Ja, dann machst du nix, ey. Jo, erst mal rückwärtsalto machen. Okay. Okay. Alter. Ach nee, du bist hinten. Ich bin da hinten, ja, okay. Nice, Pip. Nice. Oh, Pader. Befreiungsklag. Hey. Ich hab Akkus hinten. Marsch, wo bist du hinten? Ja, ich mit hinten. Wie gesagt, du brauchst mal reinkommen. Ja, ja, ist klar. Ah, shit. Ah, das war die Fintel, Mann. Ja, ich hab... Peter, was machst du? Das war der Pader. Cabin, Cabin. Das war ein Trick. Das war ne Finte. Das war ne Finte. Ja. Ah. Äh, Simon hat mich so stört. Simon. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Spiel, gell? Alter. Leute, hab ich noch die Rettung gekriegt. Was hab ich nur wahr? Ich war nicht mal dran an den Ball. Ich war glaub ich ein bisschen dran. Schön. Aber nicht arg. Nice, Ravage. Oh, dick. Oh, dick. Oh, das war nice. Muss man mal zugeben? Selbst beneißen? Selbst beneißen? Erstmal beneißen, Mann. Ey, das ist leider noch nicht. Drei Leute springen dran, keiner kriegt. Was ist da los, Alter? Alter, Pada, willst du mich verarschen? Schon wieder aus der gleichen Richtung. Ey, der hört heute an. Da kannst du erzählen, was du sagst, ne? Der hört echt an, Mann. Pada hat an, auf jeden Fall. Cheap-Modul, oder? Warlack. Warlack, Alter. Aim-Bot. Moisen Red Flames und Moisen Starry, ich bin hinten. Hinten? Alter, will ich den Chat einfach nicht seh, gell? Oh, stimmt, fahr nach vorne, fahr nach vorne. Oh, sorry. Ey, ich, wie gesagt, ich seh nur den Twitch-Chat. Ach, Mann. Och, ja. Gleich in der Pause schau ich mir nochmal den Chat an, das ist alles. Alter! Ah, da kommt der. Ah! Oh! Ah! Pieper, warum? Wie, warum? Ah, nein, das war Dome. Tut mir leid. Der war gut. Ah! Oh! Nein! Ich sag's dem, glaube ich, noch beschissener. Von daher. Ich hab keinen Boost! Ich aber. Fahr mit nach vorne. Ja, ja. Ich bleib. Ich krieg ihn, ich krieg ihn. Pieper, das war richtig gut. Ich hab dich extra gelassen. Ja, ja, ja. Kommt nochmal. Danke! Zack! Ah! Fuck! Ah! Fuck! Fuck! Nice! Drecks Pader, Mann. Na. Oh nein. So ein Pader aber auch, ey. Ja, muss ich sagen, der Pader reicht doch. Du musst da nicht machen. Der hat doch Verschärfung vorne dran. Das hat dich bei mir auch nie gejuckt, also sag mal nix, ey. Scheiße! Wie ich einfach grad nix geschissen bekomme, Mann. Mann, Alter, immer dieser Pader kommt immer noch angefahren, Mann. Ja, das gibt es nicht. Nein! Schön! Simon! Von daneben! Oh nein! Der Pader war einfach selber. Ach, ist doch ihm egal. Pinze! Pinze! Ja, feierlich, Alter. War Absicht. Ich hab jetzt gesagt, leck mich auf du, aber ach, naja. Leck mich auf du. Die Fresse, Alter. Ich komm gleich zu dir persönlich. Ich komm dir aus und zerlege dich, ey. Hat dir immer gleich Easy Bitches geschrieben? Hab ich das richtig gelesen? Ja, ich hab das richtig gelesen. Alter, ich geb dir gleich. Großmorgens Fahrrad. Ja, oder Vince, Alter? Oh, nicht schlecht. Der war gut, gell? Der war gut, gell? Der war gut, gell? Der war gut, gell? Der war nice. Der war gut, gell? Ha! Digga 3. Scheiße. Ich hab keinen Fuß. Äh, keiner sitzt, oder? Ja, ist das Seh schon vorbei. Hallo, Nico Baddool. Vielen Dank fürs Followern. Leider nicht. Noch ne Runde? Hier steht immer noch anonym 2, das ist aber nicht richtig. Alter, alles so kaputt bei mir. So, was machen wir? Erstmal breit drücken. Breit? Erstmal breit. Wieder Outlook, oder?